Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. So, jetzt kommen wir bitte mal den alten Kruz von der Bahn wieder runter. Jetzt sind wir da gleich wieder rauf. So, jetzt kommt erstmal der Trecker wieder. So, jetzt kommt der Schiff in den Bein, Leute. So, jetzt kommt der Schiff in den Bein, Leute. So, jetzt kommt der Schiff in den Bein. So, jetzt kommt der Schiff in den Bein. So, jetzt kommt der Schiff in den Bein. So. So, jetzt kommt der Schiff in den Bein. So, jetzt kommt der Schiff in den Bein. Kaffee Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Alles auf Null, Start beginnt und Kommi! Ein Glück, dass Herbert nicht da ist. Oha! Ja, der Gang ist nicht drin, jetzt kommt der Bremswagen noch hoch. Und bremsen. Das ist ein bisschen entspricht, aber auch die Bremswagen. Die Bremswagen ist ein bisschen wie die Bremswagen. Die Bremswagen sind am besten und das ist schön. Das ist ein bisschen entspricht, wie der Bremswagen ist. Was ist der Bremswagen? Ja, das ist der Bremswagen, Wagen. Was ist das? Was ist das? Ja, oder haben wir noch ein bisschen verfolgt, ne? Wir haben ja immer wieder von Stuttgart, oder? Aber hätten wir ja auch noch ein bisschen geholfen. Da liegen die Punkte von Töttern. Ah ja, das sieht so ein bisschen unter aus, ne? Ja, da haben wir ihn! Ja! Oh, ja, da haben wir noch ein bisschen. Ah, das ist ein bisschen anders. Gut, Punkt, Punkt, damit ist es natürlich klar. Ah, ich glaub, der hat einfach... ...dann kam das so, dass er jeden Tag mit so einer Maschine arbeiten muss. Fertig? Okay. So, alle mal gespannt auf die 30 Meter achten. Die linke Hand ist schon am Hebel. So, und jetzt geht der Bogenmeise rein. Jetzt Frau Kraft. Das war's. Also. Fahrstrahl. Das war's.